Hallo, ich bin Oliver Gies und stelle euch in diesem Video mein Chor-Arrangement vor, vom Klaus-Lager-Klassiker Tausend und eine Nacht. Tausendmal berührt, tausendmal, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht ist 1984 erschienen und war ein Riesenhit für Klaus-Lager damals. Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Diese Nummer ist das. Und ich habe mich dieses Stückes angenommen, als wir mit Maybe Bob damals unser Album aufgenommen haben, wie hieß das, Superheld. Und das war ein Album für eine große Plattenfirma, die uns dafür quasi gebucht hatte, deutsche Klassiker anders zu arrangieren, als man sie kennt. Also nur Bearbeitungen, die irgendwie ganz anders sind als das Original. Und bei Tausend und eine Nacht, habe ich damals gedacht, steckt Potenzial drin, dass man das nicht so machen könnte, sondern wenn man so feststellt, da ist jemand, den finde ich gut. Und ich kenne diese Person schon ganz lange und plötzlich merke ich, wow, da ist irgendwie mehr. Das muss ja nicht nur mit so einem Boom kommen, sondern das kann auch was sehr Intimes, Kleines, Zauberhaftes sein. Das war meine Idee. Und so habe ich Tausend und eine Nacht schließlich als Ballade gesetzt, die tatsächlich dieses bisschen verklärte Gefühl rüberbringt. Man kann das selber gar nicht so richtig glauben oder fassen, was man da so fühlt. Und das gibt es nun für Chor im Helbling Verlag als Einzelausgabe. Wenn ihr euch gar nicht vorstellen könnt, wie das so ist, dann könnt ihr euch dieses Video einfach mal weiter anschauen, denn der Song kommt gleich einmal in voller Länge, dass ihr euch den angucken könnt, angucken, anhören. Und wenn ihr das Stück gerne singen möchtet, was mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das überall bestellen, wo es Noten gibt, zum Beispiel auf meiner Homepage. Ich habe auch Teach Me Files dazu gemacht. Wenn ihr das Stück also singt und diese Teach Me Files haben wollt, dann schreibt ihr mich einfach an und dann schicke ich euch die. Tausend und eine Nacht. Ich bedanke mich bei euch und sage bis bald. Tschüss. Du wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen und riefst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollten's auch bleiben. Ich dachte nicht im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie ewig wir zwei uns schon kennen. Deine Eltern sind mit meinem damals Kegeln gefahren. Wir blieben zu Haus, du schliefst ein vor'n Fernseher. Wir waren wie Geschwister in all den Jahren. Tausendmal berührt, tausendmal, tausendmal, tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht und das hat zugemacht. Wie viele Nächte wusste ich nicht, was gefehlt hat. Wär nie drauf gekommen, denn das warst ja du. Und wenn ich dir oft von meinen Problemen erzählt hab Hätt ich nie geahnt, du warst der Schlüssel dazu Doch so aufgewühlt hab ich dich nie gesehen Du liegst neben mir und ich schäm mich fast dabei Was war bloß passiert, wir wollten tanzen gehen Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert Tausend und eine Nacht und das hat so gemacht Oh, tausendmal, tausendmal, oh, tausendmal ist nichts passiert Tausendmal berührt, tausendmal, oh, 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 tausendmal, oh Vielen Dank.